Hallo! On a trip to the Gantrisch mountain, the wind is perfect for a flight. I wasn't flying for a couple of months and I also did no training in ground handling anymore. As a result, my take-off attempts ended in a disaster. But this is part of the game. If you fail, try again, fail again, but fail better. But finally, it worked out for me. There was no reason for a flight, no time. I was very happy about the road, and I was very happy about the road. Up in the road, I had no idea what was coming and I was very happy about it. But the flight was maybe too late, but the flight was also not in the road, and I was very happy about that and I wanted to go to the whole stage. I can be nice to see it, you can also get up to the hotel when I need a new resort. Es ist der 14 Januar 2017, ich bin hier in Güterfe, da ist viel Schnee und ich arbeite heute auf dem Mast. Es ist wirklich nicht schön, es ist zu kalt, aber ich habe keine Wahl. Ich bin hier in drei bis vier Wochen. Ich habe viele kleine Aufgaben zu machen und ich muss weiter arbeiten. Ich habe noch ein Problem mit der Elektronik in der Mast. Jetzt ist es der Moment, ich muss herausfinden, wo die Probleme sind. Ich habe hier die Batterie und ich jetzt connecte die Batterie mit verschiedenen Kabel und versuche, ob alles funktioniert wie es sollte. Ich hoffe, dass jetzt nichts schlecht passiert. Das ist die Point Light, das funktioniert. Es scheint, dass es gut funktioniert. Also, ich werde niemals einen Arbeitssystem verändern. Ich hatte früher Probleme mit dieser Light, aber ich glaube, es war in dieser Part, wo ich jetzt die Kabel verändern. Also, ich habe das Problem verstanden. Ich habe das Problem verstanden. Das ist die Top Light. Nice! Alles funktioniert. Alles funktioniert. Sehr gut. Ich bin auf der Weg nach dem Haus von meinem Onkel und seinem Partner. Sie sind sehr nett. Sie haben mir einen Kayak für den Voyage gegeben. Ich bin sehr interessiert über diesen Kayak. Ich hoffe, dass es auf dem Boot passt. Ich hoffe, dass es auf dem Boot passt. Ich freue mich, dass es auf dem Boot passt. Und ich war Glück. Ich habe ein wirklich cool Kayak gefunden. Es ist ein wirklich großartiger und stabiler. Es ist genau das, was ich brauchen. Aber da ist etwas anderes. Da ist ein Trailer in der Backyard. Und ich brauche ein Trailer, zu transporten mein Boot zu den Osten. Vielleicht habe ich einen gefunden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In den Jahren von Refit, Preparation und Testung. Es kommt dann zu Going to France. Put the boat into the water. Und Start the sail on the Mediterranean. To be updated in real time on this journey. Und to follow the transport down to France. Und how we put everything together. Und put the boat into the water. Just check out my website. Or my Facebook site. Please give this video a like. Und sign up for this channel. Hope to see you soon. Bye bye.